Willkommen zu einer neuen Session Half-Life 2. Ich wollte es bloß mal zeigen, jedes mal im Menü, ich glaube tatsächlich je nach Spielstand, je nachdem wie weit man ist, wechselt hier auch dieses Menübild. Das war schon bei Black Mesa so. Da habe ich das bloß nie gezeigt. Und jetzt halt wieder. Das finde ich eigentlich ganz nice. So. Spielladen. Zack. So. Wir waren in der Kanalisation. Die Frage ist, wenn ich das jetzt kaputt schließe, kriege ich da Probleme? Komm rein hier, schneller. Der Ordnungsschutz ist an uns dran. Wir machen die Route dicht, verwischen Spuren. Du bist wohl der Letzte, der durchkommt. Sei froh, dass sie nicht nach dir suchen. Der arme Kerl hat keine Chance. Man hat wohl den ganzen Ordnungsschutz von City 17 gerufen. Sie bevölkern jetzt den Bereich mit Mannschnittern. Geh besser weiter, bevor sie hier vorbeischauen. Verdammt. Zu spät. Das war knapp. Danke für deine Hilfe. Bitte. Das sind... Das sind also Mannschnitter. Ich frage mich bloß, wenn die hier sagen, ähm, ich wäre der Letzte. Wie sind die anderen hier durchgekommen? Haben die alle ein Brecheisen dabei oder was? Wird denn jedes Mal alles hier wieder zugemacht? Ja, und wie komme ich jetzt... Aha! Aha! Okay. Kann man die komplett runterfallen lassen? Ich glaub nicht, wa? Ne, hier, ha... Oh, doch! Ach, krass. Der hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, aber... Er müsste doch ohr abhauen. Wieso kommst du nicht mit, Bro? Du solltest besser gehen. Danke. Ich hab doch gar nicht gefragt. Deswegen sitzt du rum, weil du noch was erledigen musst. Oder er muss mal aufs Klo. Ist er jetzt eigentlich tot? Eww. Ach, Kumpel, wie hast du mal mitgekommen? Wieso hab ich das dumm? Ich fühle alle sterben wegen uns. Oh, leck mich. Ich weiß nicht... Einflügelbesitzung begann. Bürger, für mehrfache Startverletzung entschuldigt. Bürgerrechte werden ausgeschlossen. Bitte, Bürgerrechte werden ausgeschlossen. Bürgerrechte werden ausgeschlossen. Nein, nein, nein. Das sind natürlich ekelhafte Gegner. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß bloß nicht, ob ich das nicht verstehe. Okay. Ah fuck, ich habe bestimmt schon was verbockt. Ich habe welchen, äh, welche Rennen hören. Oh, jetzt sind wir hier? Gott. Oh, jetzt sind wir? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch inna! Was ist das? Oh, fuck. Noch einer. Okay, ich hoffe, das war's dann mal. Und wir machen hier in der nächsten Folge wieder bei der Spitze. Bis dann.